Das ist jetzt die Ankunft auf Koh Phangan am 12.01.2011 um 12.45 Uhr. Okay, good friend. Das ist der Bundeswehrrucksack, das versiffte Ding da. Irgendwo sehe ich jetzt auch nicht, aber der wird gleich sichtbar werden. Ich habe ihn eben schon gesehen, der hat ziemlich weit oben gelegen. Jetzt lauf hier schon hin, weil ich eine Schöre beendet habe. Ja, ist okay. Ja. 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 Vielen Dank.